www.feyyaz.de Lukas! Nein! Lukas! Lukas! Sie wird einmal Scharspielerin, eine Vizemama gesagt. Damals schon. So groß war's da. Ich sollte heute noch in die Apotheke. Heut noch? Der Doktor war da und hat für den Papa was aufgeschrieben. Das nimmt einer. Papa, du musst ein bisschen auf dich aufpassen. Ja, ja. Wenn du dich nicht zu behalten müssen, ich hätte schon gewartet. Womit gewartet? Na, jetzt bist du wieder da. Wenn mich der Papa mal nicht mehr braucht, was wird dann sein? Was ist das? Briefe von der Mama. Das würdest du vielleicht lesen, habe ich mir gedacht. Hier bin ich immer gesessen als Mädchen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie erfolgreich ich einmal sein werde. Von allem bewundert und geliebt. Bewundert und geliebt? Geht das zusammen? Warum sagt dann das keiner? Hätten Sie es geglaubt? Immer strahlend, immer gut gelaunt, so zufrieden, so erfolgreich, das ist doch nicht echt. Man weiß überhaupt nicht mehr, wer du eigentlich bist. Nein, du weißt so genau, wer du bist. Vielleicht hörst du das ja. Danke, wollte ich dir sagen. Danke. Es ist nicht traurig, wenn man stirbt. Ich bin ja schon alt. Und man kommt in den Himmel. Das war sie. Verena? Ja? Komm. Här für dich! Wenn du bist, der fertig zu sein war, die ich sämtese, wo gehst du da? Warum sie sich da um��는 Mund zu erklären? Wenn du ihan nicht in gaun? Vielen Dank.